willkommen bei tabu der podcast in dem wir über dinge sprechen über die man nicht spricht hallo liebe freunde heute gibt es gleich einige neuigkeiten einiges was geändert wurde vielleicht ist es dir aufgefallen und zwar hat der podcast offiziell endlich den namen den wir schon vor zwei monaten gegeben haben er ist neu getauft tabu und aus offensichtlichen gründen wir sprechen dinge an die meistens bisschen verschwiegen gehalten werden aber trotzdem wichtig sind dass man über sie sprechen kann das der erste punkt mich würde interessieren wie euch der name und das logo gefallen wir haben uns richtig viel arbeit gemacht die zweite neuigkeit ist ich bin seit fünf tagen auf tik tok aus offensichtlichen gründen reichweite neues publikum und sofern du auch auf tik tok bist dann lade ich dich dazu ein die den channel zu zu abonnieren at budak punkt olgun ganz einfach gehalten einfach ein follow hinterlassen du kannst gerne auch den content er dir gefällt teilen falls du kein tik tok hast dann ist das gut so dann solltest du auch kein tik tok abonnieren denn seit fünf tagen ist es so dass ich ein wechselbad der gefühle habe heiß kalt auf der einen seite finde ich es tragisch auf der anderen seite finde ich lustig ich sehe eine riesige chance auch über diesen kanal informationen zu verteilen und menschen zu erreichen das war die zweite neuigkeit und jetzt kommt die dritte neuigkeit du bist herzlich eingeladen auch meine neue webseite zu besuchen einfach auf www.budak-olgun.com zu gehen hier siehst du die webseite da kannst du dich super gerne auch registrieren und zwar da gibt es noch einiges was auf dich zukommt noch geheim du siehst werde teil der bruderschaft da kannst du deine e mail adresse hinterlassen und du wirst eingeweiht als erstes eingeweiht in das projekt was noch dieses jahr starten wird hier hast du den podcast die bruderschaft und mein seminar was fast ausgebucht ist ich habe fast keine werbung gemacht liebe freunde und nicht desto trotz ist es so dass wir von 25 plätzen mittlerweile schon ja es sind es sind 18 weg 18 plätze also ich weiß dass zwei überweisen werden es sind genauer gesagt fünf plätze noch zu haben wir sind in verhandlung mit dem hotel und die werden uns dann auch bescheid geben ob wir das noch ein bisschen aufstocken können sofern du mit der idee spielst auch nach frankfurt am 28 august zu kommen dann würde ich dich ja dazu anregen dass du dich beeist weil die plätze gehen wirklich weg wie warme semmel du kannst dich auf der seite natürlich über seminare auch dort anmelden und wenn die 25 plätze weg sind bzw 30 plätze dann versuchen wir vielleicht noch einen anderen tag auf die beine zu stellen aber ehrlich gesagt ist das ein ziemlicher aufwand die wahrscheinlichkeit ist so bei 10 20 prozent dass wir das machen außer ihr seid wirklich so stürmisch und sagt hey wir alle wollen kommen es sind weitere 30 40 50 leute die interessiert sind dann machen wir das natürlich gut das heutige thema ist sehr sehr brisant und zwar geht es darum wer in einer beziehung überhaupt der preis ist männer oder frauen in der vergangenheit wurden sehr oft auch stimmen in den kommentaren laut bei dem es darum ging dass man sich da nicht irgendwie jetzt auf das einlassen sollte menschen zu werten ja dass man nicht sagen kann eine frau ist eine 7 eine 6 10 jedoch habe ich auf tik tok lustigerweise eine challenge gesehen die hauptsächlich ich würde behaupten zu 95 prozent von frauen geteilt wird und zwar geht es darum männer zu bewerten ist er jetzt eine 10 von 10 und was passiert wenn ein schlechtes auto fährt wenn er folgende handlungen ausübt die frauen sind super fleißig männer zu bewerten und wir haben es auch von dort wir haben es von euch frauen dieses wertungssystem weil ihr die ersten seit die überhaupt anfangen zu werten dazu komme ich aber gleich nur ist mir auch stark aufgefallen dass in den kommentaren bei diesen tik tok videos selten drauf gehauen wird wie wenn jetzt männer darüber reden da ist es nicht so dass die frauen gebasht werden dass die männer klassifizieren ich bin nicht dagegen ganz und gar nicht seien wir ehrlich in meinem podcast reden wir klartext ich weiß es ist es ist so es tut weh im im bauchhinein wenn man da wirklich getriggert wird weil man jetzt nicht unbedingt zu den gewinnern gehört ob jetzt männlein oder weiblein es tut uns gleichermaßen weh nicht desto trotz ist es so dass wir menschen vorurteile haben wir haben vorurteile ob du es willst oder nicht oder ich sag das mal anders wir haben preferenzen und da ist nichts negatives nichts schlechtes dabei preferenzen zu haben okay ob du diese preferenzen auch erfüllt bekommst das ist eine andere frage dann sind wir bei dem punkt wer entscheidet überhaupt über meinen preis also wie viel wert dass ich habe nein das bist nicht du okay das bist nicht du es ist der markt der markt entscheidet darüber wie viel wert dass du hast und da ist es wie überall anders auch alles was knapp ist 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 mehr wert ja gold ist mehr wert weil es knapp ist diamanten sind mehr wert weil es knapp ist bitcoin war mehr wert weil es knapp ist ja und deswegen ist es so dass sich im markt der preis entscheidet und da spielt tatsächlich gar keine rolle was du fühlst und was deine empfindung ist wenn du gewisse fakten heute zu hören bekommst also wer ist in einer beziehung der preis zwischen männern und frauen ihr könnt das gerne mal vielleicht in die kommentare reinschreiben ich habe das im vorfeld über instagram gefragt und da kam natürlich ganz schnell mann 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 eine frau hat sich gemeldete und dann kamen noch andere kommentare mit hinzu ich will das aber ein bisschen auseinander nehmen so dass wir es wirklich verstehen mit mit klarheit ist es so dass wir navigieren können mit klarheit ist es so dass jeder von uns dann entsprechend auch sich besser orientiert und entsprechend auch handlungen vornehmen kann die er oder sie so trifft dass wir einen gewissen nutzen davon haben ja und deswegen klassifiziere ich das in drei gruppen die gruppen sind erstens altersgruppe 18 bis 25 danach die altersgruppe 25 bis 35 und 35 plus so klassifiziere ich das ganze ja fangen wir mal an mit 18 bis 25 typischerweise ist es so wenn wir die frau nehmen kommt sie da in ihre größte kraft die größte kraft der frau ist das was ihren wert von der anziehung her am interessantesten macht und zwar ist es ihr aussehen ihre optik denn wir männer funktionieren hauptsächlich visuell die die reproduktion der trieb der führt dazu dass jeder mann zwischen 15 und 75 sich hingezogen fühlt zu frauen die optisch hübsch sind ich weiß es geschmackssache aber meistens ist es so dass ich das so einpendelt dass es schöne haare sind viele stehen auf feminine frauen mit langen haaren schönen augen schöner haut festen brüsten festen hintern weibliche kurven also es gibt nicht umsonst so viele likes bei instagram oder jetzt auch tik tok bei den frauen die ihre femininen kurven zur schau stellen die wissen dass dass solche zuschaustellungen dazu führen dass ganz viele hauptsächlich männer reagieren auch frauen idealisieren solche frauen weil sie ja entsprechend sehen dass das vorbilder sind die ganz viel aufmerksamkeit bekommen und die aufmerksamkeit ist in der frauenwelt die hauptwährung ja das ist wie geld auf dem konto was man nicht unbedingt ausgeben muss also sie muss nicht jeden rannehmen aber es ist gut aufmerksamkeit zu haben und ausgeben rannehmen zu können und in diesem alter zwischen 18 und 25 jahren passiert was mit den frauen aus eigener vergangenheit kann ich euch sagen dass meine freundinnen aus meiner blutbild betta phase plötzlich eine metamorphose durchgemacht haben die 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 pausen platz kollegin freundin die unscheinbar war mit ihren mit ihren dicken brillen gläsern auch gerne mal mit dir abgehangen ist hat sich dann plötzlich entwickelt aus der wurde platz plötzlich was anderes sie ist so in ihre kraft gekommen dass sie tatsächlich wie so eine raupe sich in einen schmetterling verwandelt auch eine metamorphose durchgemacht hat die meisten frauen entdecken da dass sie eine anziehung haben auf das gegengeschlecht da passiert was es gibt einen gewissen erfolgseffekt an den hallo effekt ja dass das plötzlich die menschen freundlicher sind türen und möglichkeiten sich öffnen und das leben etwas einfacher ist sie werden eingeladen müssen telefonnummern austauschen das waren dinge die in der vergangenheit nicht unbedingt an der tagesordnung gestanden sind aber jetzt plötzlich 18 19 20 21 ist es so dass sie spürt dass ihre sexuelle anziehung eine kraft ist und das führt ähnlich wie bei einem bei einem fitnessathleten der gerade angefangen hat und jetzt langsam seine ersten gains hat zu einem momentum dann ist es so dass diese person an sich glaubt selbstbewusst sein mehr punkten geht und größere muskeln bekommt und entsprechend selbstbewusster wird und umso mehr in die eigene kraft kommt dasselbe passiert bei den jungen frauen die dann plötzlich diese kraft entsprechend einsetzen momentum bekommen und entsprechend dann halt in ein extremes selbstbewusstsein rein wachsen in diesem alter auch gemäß umfragen ist es so dass die frau die höchste anziehungskraft hat die sie jemals in ihrem leben haben wird deswegen ist schon mal die messlatte verdammt hochgestellt für die männer wie sieht es aus bei den männern zwischen 18 und 25 männer sind nicht primär sexual objekte wir sind primär erfolgsobjekte und das wird von den frauen festgelegt unser wert wird von den frauen festgelegt wenn frauen genau gleich auf junge hübsche männer stehen würden was sie teilweise tun aber da sind die standards entsprechend schwieriger zu erfüllen größe maskulines aussehen das ist ist auch wichtig aber es ist nicht das wichtigste dazu kommt noch status und auch die möglichkeiten ressourcen den frauen auch schöne momente erleben lassen zu können so schätzen oder werten die frauen uns also wenn du gut aussiehst ist das ein bonus wenn du ihnen in der hierarchie von deinen jungs an der spitze bist du bist besser in dingen wie die anderen dann ist es so dass du auch ein bonus bekommst und da passen halt gemäß der pyramidenhierarchie nicht alle an die spitze ja die größeren die gut aussehenden die mit mehr status und vielleicht auch mit mehr ressourcen obwohl sie in dem alter noch nicht so maßgebend sind die landen an der spitze da reden wir halte von den jungen alphas den 10 bis 20 prozent die sehr interessant sind aber keinen stich haben gegen die jungen frauen die optisch sehr anziehend sind daher weil der mann in dem alter noch nicht in seine maskuline kraft gekommen ist noch den status noch nicht maximieren konnte sein potenzial ist noch brach ist noch jung mit 18 19 20 hast du noch einiges an arbeit vor dir ist der einzige bonus punkt denn er in der regel hat das aussehen wenn du groß und männlich aussiehst dann hast du zumindest auf dem pausenplatz gewonnen und entsprechend ist es so dass da 10 prozent als gewinner mit rausgehen aber im gegensatz zu den frauen ist es so dass sie ablosen und in dem alter in der ersten gruppe von 18 bis 25 können wir klar davon ausgehen dass die frauen der preis sind herzlichen glückwunsch liebe jungen frauen deswegen verstehen wir auch wieso dass ganz viele auf tik tok und instagram in dem alter sich so exponieren und auch sich gar nicht irgendwie ja um um andere qualitäten bemühen weil es läuft da ist schon mal rückenwind da ist auftrieb und wenn was läuft da muss man nichts daran ändern gehen wir die zweite gruppe die zweite gruppe ist 25 bis 35 das ist eine ganz ganz interessante kategorie denn in dieser gruppe ist es so dass die frau in der regel was das optische anbelangt langsam somit die einen früher die anderen später aber ihren besten optischen zeitpunkt langsam aber sicher hinter sich lässt du siehst es an einer 35 jährigen an dass sie keine 25 mehr ist und daher ist es so dass die die meisten frauen so gegen 30 auch die biologische uhrtiken hören und entsprechend auch sich bewusst sind dass die konkurrenz jeden tag wächst und entsprechend auch da schnell mal auch die strategie etwas umgeändert wird bei den männern ist es aber so liebe wenn er hört genau zu zwischen 25 und 35 passiert was interessantes und wenn du das nicht nicht weißt und falsch reagierst kann das sehr verheerende folgen für dein leben haben und zwar ist es so dass sich eine weggabelung zeigen wird wo du mit deinen entscheidungen und deinen handlungen dich entweder richtung gewinnerstraße bewegst oder ablust da entscheidet sich nämlich ob du zu den alphas gehören wirst oder entsprechend zu den losern jetzt ganz extrem ausgedrückt das ist ein split gewinner oder verlierer das entscheidet sich bei den männern zwischen 25 und 35 denn da kommst du langsam in deine kraft bedeutet optisch wenn du an dir gearbeitet hast kannst du dein aussehen maximieren ja körperlich mit deinem style und an gewissen dingen kannst du nichts dran drehen also deine körpergröße vielleicht haar wuchs kannst du nicht viel dran machen aber du kannst alles etwas tweaken und optimieren dann vom status mit deiner mit deiner mit deinen fähigkeiten mit deiner kompetenz ist es so dass du dich jetzt abheben kannst im wettbewerb gegenüber anderen und an status zu legst das kannst du machen auf sozialer ebene auf sportlicher ebene auf beruflicher ebene auf finanzieller ebene du kannst dich langsam absetzen sofern du die richtigen entscheidungen triffst das wiederum macht dich interessant für die frauen die jetzt wissen dass es abwärts geht mit ihrem sexuellen marktwert und sie setzen hauptsächlich in dein potenzial in dein potenzial die wissen zwar dass du noch nicht der super gewinner typ bist der du werden könntest aber du hast verdammt noch mal potenzial und deswegen ist es so dass die frauen unglaublich stark auf ambition schauen bist du ein aktiver mutiger mann denn ambition zeigt dass dieser mann sein potenzial nicht verwirken lassen wird der arbeit daran das macht dich sehr attraktiv also in dem alter es ist ein unentschieden ein unentschieden du kannst als man die gewinnerstraße nehmen und als frau kannst du das vorhandene hohe den den sexuellen marktwert den du noch hast also den wirst du immer haben aber den hohen wert kannst du kapitalisieren ja und auf das potenzial setzen entweder direkt einen nehmen der ein gewinner ist oder dich für jemanden entscheiden der sich zum gewinner entwickeln könnte gut unentschieden wie sieht es aus mit der gruppe 35 plus ihr könnt es euch vorstellen in dem alter ist es in der regel so dass die meisten ihr seht ich generalisiere nicht frauen ihren peak die spitze des sexuellen marktwertes hinter sich haben die fruchtbarkeit geht runter das bindegewebe lässt etwas nach klar sind sie jetzt weiser unter umständen sind sie kompetenter aber das macht sie nicht unbedingt interessant für die gewinner typen gewinner typen suchen in der regel das was ihren präferenzen entspricht und sie selber nicht haben das heißt sie schauen immer noch bei der frau auf die optik auf die jugend auf die fruchtbarkeit in der ersten etappe in der ersten etappe bei den frauen 35 plus die schauen immer noch auf die optik immer noch ob der typ auch reproduktionstechnisch was zu bieten hat ob er gute gene hat ob er was aus sich gemacht hat sie schauen immer noch auf status und auf ressourcen wegen einer sicherheit die du bieten musst unter den 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 schutz den du unter umständen gewährleisten solltest gut und da ist es so dass die frauen jetzt ein bisschen die schlechteren karten haben weil es schon ziemlich abwärts geht mit dem mit der ersten etappe wir reden über die anziehung noch nicht über beziehungsqualitäten männer gehen in beziehungen durch den sex und den sex wollen sie hauptsächlich von den frauen die jung und hübsch sind das sagt nicht ich das sagt der markt instagram beweist es euch schaut euch die likes an und die bilder an die die meisten likes haben dann werde ich auch nicht als voreingenommener frauenhasser abgestempelt die zweite qualität ist natürlich die zweite etappe ist beziehungsfähigkeit bei der beziehungsfähigkeit geht es mehr darum dass frauen sich einen maskulinen mann wünschen über die maskulinen attribute reden wir heute mal nicht und die männer sich eine feminine frau suchen und dann kommen natürlich noch die die werte der charakter beide schauen auf die werte was ist der anderen person wichtig wenn wenn er sagt ich möchte eine frau die loyal ist und er so unerfahren ist damit ich hier wirklich alles beibringen kann das leben zeigen kann und sie spaß daran hat wenn sie mit mir die dinge zum ersten mal erlebt aber die frau auf der anderen seite promiskuitiv in ihrer vergangenheit war die party jahre so richtig ausgelebt hat dann kann es sein dass die werte sich halt schneiden ob du es magst oder nicht wir können uns tot diskutieren es ist so und es wird in den meisten fällen so bleiben und je mehr wir solche diskussionen über die sozialen medien haben umso mehr werden männer werden aufwachen und das realisieren dass ich die dinge anspreche die sie sowieso innerlich spüren also 35 plus ist es so dass die aktie der frau sinkt aber der mann sofern er an sich gearbeitet hat also bei getaner arbeit liebe männer hört bitte zu alle die das gefühl haben jeder mann 35 plus ist in seiner kraft das stimmt nicht es ist nur so dass du in deine kraft kommst wenn du in der vergangenheit gelernt hast aus den widrigkeiten des lebens als sieger rauszukommen das bedeutet du hast als sklave ganz am anfang deiner heldenreise die richtigen glaubenssätze eingeprägt weil du ständig mein content konsumierst bei meinem seminar mit dabei bist und entsprechend auch diese klarheit hast und entsprechend das ist auch nicht lustig als junger man nicht sich messen zu können mit gucci taschen obwohl du vielleicht die möglichkeit hättest hättest was zu kaufen oder ein auto zu lesen du bist genügsam du hast einen plan du hältst dich an deinen plan das das dran halten die umsetzung dein verhalten das ist der krieg und der krieg ist gepflastert mit ganz vielen niederlagen es ist nicht so dass du jetzt einfach nur dinge angeht und beim ersten mal bist du erfolgreich du musst aus den niederlagen lernen und das lernen das macht dich kompetent es macht dich resilient und wenn du die arbeit getan hast körperlich geistig sozial beruflich und finanziell dann gehörst du zu den gewinnern dann gehörst du zu den alphas zu den nehmen wir mal zehn prozent lass dich bitte nicht von dieser zahl allzu stark verunsichern 10 prozent da muss ich 90 prozent aller männer schlagen okay alle männer gehen wir davon aus auf der welt gibt es 8,5 milliarden menschen und davon sind die hälfte männer gut so 4,25 milliarden männer und du gehörst jetzt zu den zehn prozent da ist platz für 42,5 millionen männer um in den zehn prozent mit drin zu sein und du wenn du im dachraum wohnst deutschland schweiz österreich dann hast du die beste voraussetzung dich so zu verhalten dass du zu diesen zehn prozent gehörst und meine güte sofern du zu den 20 prozent gehörst bist du trotzdem ein gewinner vielleicht hast du aber richtig dussel und gehörst sogar zu den fünf prozent oder ein prozent der männer denn das sind die wahren gewinner denn in der dritten gruppe 35 plus ist es so dass die männer wiederum der preis sind sofern sie ihre arbeit geleistet haben und alles in allem wenn wir alle altersgruppen mal zusammen würfeln ist es so dass hauptsächlich der kompetente man meist in seiner kraft so um die mitte 30 drüber der preis ist der preis ist weil er wird begehrt von der 18 jährigen von der 25 jährigen von der 35 jährigen er ist der preis denn er hat am meisten zu bieten dadurch dass er ein hartes leben hatte was ihn letztendlich durch den druck wie einen diamanten geformt hat ist er das knappste gut von diesen männern gibt es verdammt wenig und ich habe es euch ganz am anfang gesagt der markt entscheidet und je knapper ein gut umso wertvoller ist es es gibt schadenweise bildhübsche 22 23 jährige frauen kunststück die werden in der regel in ihre kraft reingeboren sofern sie in der vergangenheit nicht zu stark mit pommes und fast food verwöhnt wurden kommen sie alleine durch ihre existenz in ihre kraft aber die männer die es schaffen das leben so zu leben dass sie letztendlich zu den gewinnern zu den 10 bis 20 prozent zu gehören glückwunsch ihr seid der haupt preis ihr könnt gerne später in die kommentare mit rein schreiben wenn ihr einverstanden seid oder nicht einverstanden seid mir geht es da nicht um eine um eine esoterische unterhaltung ich will euch jetzt nicht mit euch über über werte charakter und sonst irgendwie was reden es spielt alles mit rein liebe freunde es spielt alles mit rein aber so wie ich das jetzt gezeigt habe müsste es eigentlich sinn machen dass der man eigentlich der gewinnermann in seiner kraft der preis ist mal gucken was ihr so zu sagen habt bitte stellt die fragen zu diesem thema ich habe im vorfeld eine frage bekommen auf die will ich gerne eingehen und zwar hat mich jemand gefragt wie ist das wenn der mann richtig schlecht im bett ist das macht ihn das uninteressant ist es so dass er nicht mehr der preis ist wenn er sexuell nicht viel zu bieten hat und da muss ich euch sagen absolut wenn der mann die frau nicht befriedigen kann dann ist die wahrscheinlichkeit dass die frau davon läuft oder frustriert ist fast bei 100 prozent eins darfst du mit frauen nicht machen du darfst sie nicht langweilen langweilen heißt emotional so diese diese linie es tut sich nicht und wo ist es so dass die gefühle am meisten getriggert werden das ist hauptsächlich auch beim sex beim sex ist es so dass beide geschlechter aus sich und in sich gehen können und entsprechend ist es so dass du dort sehr sehr große emotionen erzeugen kannst und sollst so das ist natürlich super spruch den muss ich jetzt lesen joshua sagt geile sau burakabe bin ich gemeint mit geile sau also alibaba ist kritisch du bist ein gestandener mann aber möchtest du nicht mal nein ist nicht kritisch soll ich nehme es zurück möchtest du nicht mal selber kinder haben um deine werte auch dein nachkommen weiterzugeben ich habe nichts gegen keine also ich würde gerne kinder haben gerne sehr gerne aber das ist jetzt nicht so dass ich verzweifelt nach der mama suche um kinder zu bekommen ich weiß ich habe noch ein paar jährchen wo wo ich kinder bekommen kann und mit größter wahrscheinlichkeit werde ich werde alter papa hat viele nachteile aber ein paar vorteile ich bin ein bisschen weiser ein bisschen ruhiger ein bisschen gestandener ein bisschen stabiler okay vor und nachteile wahrscheinlich mehr nachteile wenn es um die körperlichen aktivitäten um die energie geht aber bei anderen sachen vorteile das problem ist dass zuerst wirklich diese partnerin da sein muss und auch der zeitpunkt entsprechend auch gegeben sein muss könnte gut möglich sein dass das ihr bald mal irgendwann mal was was hört was kreischen hört im hintergrund who knows auf der anderen seite ist es aber nicht so dass dieses diese diese information dass ich meine werte an meinen nachwuchs weitergeben soll finde ich absolut nicht denn ich sehe meine aufgabe darin dadurch dass ich diese plattform habe zu euch sprechen zu dürfen dass ich meine werte an euch weitergeben kann ihr seid ich weiß erwachsen ihr seid nicht meine kinder aber nicht desto trotz ist es so dass ich hier sehr viel mehr bewegen kann als wenn ich jetzt ein oder zwei kindern meine werte weiter gebe ich kann auf die art und weise viel mehr bewegen und das bedeutet mir auch verdammt viel verdammt viel was halt hältst du von gold avenue kenne ich nicht tarantula türk of the caribbean aka emre ist es ein fehler sich als man in jungen jahren 21 bis 25 auf eine feste beziehung einzulassen wenn man denkt man hat die richtige gefunden oder liebevolle konzentration auf sich selbst also fehler ist immer so es ist ups so kurz weg fehler ist etwas zu übertrieben gesagt also feste beziehung ist halt schwierig in dem alter musst du verstehen dass du noch nicht zu dem mann geworden bist der der du in zukunft sein wirst und wenn du in einer beziehung bist und dann diesen diese ambition aufopferst dich interessant machen zu wollen weil du jetzt ein bisschen komfortabel bist bequem du hast jetzt eine beziehung du hast eine freundin bald eine frau und deswegen kann es sein dass du diesen antrieb opferst mehr aus dir machen zu wollen sofern du diesen antrieb nicht opferst absolut gar nichts dagegen einzuwenden wenn du weiterhin vollgas an dir arbeiten kannst und glücklich bist mit deiner deiner freundin dann kannst du super gerne auch feste beziehungen haben die wahrscheinlichkeit dass es klappt ist aber klein das ist grundsätzlich sehr sehr schwierig bei bei menschen ja zeigt die zeit zeigen statistiken und alle menschen um dich herum ja die beziehungen sind nicht mehr so monogam werte getrieben wo die die leute zusammen bleiben mussten obwohl sie nicht wollten es ist so dann funktioniert es dann geht es auseinander es ist eine selben monogamie und das bedeutet damit es klappen tut müsst ihr wirklich an der beziehung arbeiten und ihr müsst im grunde genommen auch euch in dieselbe richtung entwickeln und das sind zwei menschen also du musst an dir arbeiten und sie muss mitmachen und wenn das gemacht wird dann bin ich davon überzeugt dass sich auch ein paar ein leben lang binden kann auch glücklich diese beziehung führen kann sofern du daran arbeitest das spielt doch eigentlich keine rolle ob du jetzt mit 25 oder 35 mit einer zusammen kommst aber du bist noch nicht der typ der du mit 35 sein wirst und du weißt nicht ob dieser typ entsprechende dann auch mit der frau zusammen bleiben möchte wenn du dann angekommen bist ganz ganz viele männer die haben oft mit 35 nicht mehr so diesen elan diese energie sie haben keine träume das ist halt weil sie vieles aufgegeben haben vielleicht auch familie verpflichtung und es ist schwierig das leben zu erobern sofern du nicht zuerst die richtigen maßnahmen getroffen hast um zu den gewinnern zu gehören wenn du mal beruflich und finanziell stabil bist sicherheit hast ein richtig gutes polster auf der seite hast dann geht es einfacher aber stell dir vor irgendwie sie ist jetzt schwanger ihr seid mitte 20 und jetzt ändern sich plötzlich die prioritäten in deinem leben du bist mein freund du bist wirklich gefickt das ist richtig schlecht das ist richtig schlecht ich sage nicht Kinder sind schlecht ich sage einfach wenn du noch nicht diese Stabilität hast und dann Verantwortung übernimmst zu einem Zeitpunkt wo du diese Verantwortung eigentlich gar nicht tragen kannst dann tust du dir nicht gut ihr nicht gut dem Kind nicht gut das kann sehr sehr negative Konsequenzen haben mal gucken ob da noch was kommt also Mahauk Coach Budak leichte depressive Phase mit 26 sonst alles top Testo bei 4 Substitution sinnvoll gut möglich aber schau auch wieso hast du eine Depression Depression ist wenn dein Leben nicht da ist wo du es gerne hättest das ist du hast unter Umständen gewisse Sachen unterdrückt fühlst dich nicht wohl in deiner Haut in deinem Beruf in deiner aktuellen Situation und das zeigt sich dann indem das Leben zu dir spricht indem es dir einen Schmerz erzeugt Depression ist keine Krankheit es ist nicht so dass dir einfach das aus dem Himmel auf den Kopf fällt das ist etwas was sich ergibt aufgrund deiner Entscheidungen wenn du plötzlich in einem Leben bist wo du dich gar nicht wohlfühlst dann und viele Sachen unterdrückt hast depressed dann ist es so dass die aufpoppen und unter Umständen dir eigentlich sagen wollen dass du etwas verändern musst ja es ist sinnvoll wenn du eine Unterfunktion hast Symptome hast kann das helfen dann kann das unter Umständen sofern es an dem liegt kann es helfen nice liebe Freunde verpasst es nicht auf meine Webseite zu gehen na hier mit Schall und Rauch ihr seht und euch einzutragen in meiner E-Mail Liste wie gesagt ich darf noch nicht viel kommunizieren da kommt einiges auf euch zu ihr seht heute gibt es einige Veränderungen und das hört nicht auf wir sind voll Gas dran an unserer Mission an der Arbeit wir haben nicht wirklich nicht knapp zu tun in den nächsten zwei Monaten sofern du mich live erleben möchtest und zu den ersten gehörst die eigentlich eingeweiht werden in diese Mission und diese Bruderschaft dann lade ich dich am 28. August ein mit bei Frankfurt bei meinem Seminar dabei zu sein es wird ein ziemlich cooler Event wir haben einiges geplant zusammen Lunch zusammen Zigarre Steak alles maskulin Dresscode kommt ja also da gehen wir hin und wir gehen dahin und wir fallen auf wir wollen wirklich da ein Lebensgefühl entfachen in den Männern und ein Network auf die Beine stellen also aber du musst wirklich schnell sein die nächsten fünf und das ist kein Bauanfänger ich würde dir meinen Stripe zeigen aber das ist auch billig es sind wirklich die 18 Plätze sind weg zwei werden einbezahlen fünf Plätze haben wir auf sicher fünf versuchen wir rauszuholen sofern die Kapazität haben und das wird wahrscheinlich in den nächsten zwei drei Tagen durch sein über die Webseite kannst du dich da informieren über das Seminar du kannst auch direkt dort buchen Kontakt aufnehmen ich würde mich freuen dich persönlich kennenzulernen lieber Ernst erster Investor danke für den Super Chat geil 20 Euro ich habe bis jetzt einige Super Chats bekommen und ich habe keine Ahnung wo das Geld ist aber auch das wird irgendwann mal sich zeigen ich wünsche euch einen super tollen Abend bis zum nächsten Mal macht's gut mit dem